wir hatten noch ein bisschen was gelernt an abilities mit zum beispiel wasser eben nicht wasser das richtig für ein scheiß alter jetzt kommit hatten wir gelernt genau dass wir jetzt auf den acht kant gehen können so gar zauber baby okay hattest du noch irgendwas nie das hat nur gelernt sehr schön nimm mal erstmal den korallen ring einfach weil das schnell gelernt ist das zeug so und hier nimmst du den plattenpanzer und hier haben wir nichts was du lernen könntest kann dir aber ein bisschen mehr reflex geben das ist eine gute sache erst mal die hp plus so so hier haben wir jetzt noch mal gegner gegen die ich gerne kämpfen möchte wollen wir erst mal einen guppigulus ausschalten denn das hier sind jetzt die ich fressen möchte und die nicht sensbomben lernen kann was ich sehr interessant finde und der kracher irgendwann von dem kann ich auch sanftbomben lernen normal ja von dem auch okay dann ganz kurz mal schauen wir hat wenige hp alle etwa identisch gut äh hau mal bitte ein ice gar auf das fiege ich äh so bisschen schmerzhaft gewesen der andere Oh Ups Hm Okay, nicht gut Wow, Crowd What the heck Vielen Dank für den Host Und warum hat mein Egal Ich frage gar nicht erst, warum das nicht im Stream angezeigt wurde Hallöchen an alle, die gerade von Crowd gekommen sind Oh, das ist geil Vielen, vielen Dank, Crowd FF9 Ja, FF9 So Hey Vivi ist der Meister des Todes geworden Sehr schön Im Titel steht Englisch? Habe ich das nicht angepasst? Äh, Moment Moment, da muss ich ja mal rein Äh, kurz reingucken Oh, das ist richtig Das habe ich vergessen anzupassen Es tut mir leid Hahaha Ich habe gestern Englisch gestreamt Da habe ich das verpennt Alles angepasst Überall Auch die Sprache auf Deutsch gestellt Aber natürlich nicht im Stream Titel Ne, dammit Dammit Hallöchen An alle, die gerade eben Noch Crowd bei Ähm Super Mario Odyssey gesehen haben Richtig unprofessionell Richtig Crowd Richtig unprofessionell Ähm So Will ich den Hebel schon umlegen? Nö Hahaha Jo, Highlight Genau Genau Das Englisch steht eigentlich dafür Dass mir der Gürtel Den ich aktuell nicht trage Ein bisschen klein geworden ist So Hey Ihr zwei, Herr Der Todesabte Okay Dann kümmere ich mich erstmal um den hier unten Denn das ist der, von dem ich Senfbombe lernen könnte Was ich jetzt schon kann Und da bräuchte ich ihn nicht So Und Äh Bin da oben Hauen wir schon mal ein Feurer rauf Autsch Hm Ich glaube ich muss da gleich mal so ein bisschen Äh Gegen heilen Naja Und Todesabte Wie viele Äh Wie viel Leben habt ihr eigentlich Ähm Knappe 5000 Okay Damit ich weiß Ab wann ich in etwa fressen kann So Himmels Wind Und Mehr auf den Typen hier rauf Weil Raum Oh Okay Das schon tot Na gut Passiert auch mal Passiert auch mal Alles was ich über FF9 weiß Kenne ich aus Kingdom Hearts Bin ich hier richtig Bestimmt Bestimmt Also das was man Ähm Meiner Meinung nach Aus Ähm Final Fantasy 9 wissen muss Ist Äh Es ist der schlechteste Teil Für die PS1 Und äh Und äh Ja Das ist meine Meinung Die teile ich Die teilen nicht an Viele andere Aber hey Kraut zum Beispiel Scheinbar nicht Ist mir aber voll egal man Äh So Äh So Hm Naja Er hat eine Meinung Die von deiner Äh Äh Die von deiner Abweicht So Und äh Subteil 9 Quinner hat von Die Hat die Blau Magie Von dem mit der Blauen Flamme Noch nicht Deswegen hatte ich eigentlich Gehofft den am Leben zu lassen Aber äh Nö Hm Wollten sie nicht Nässe ist in Ordnung Ja Aber 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 Es ist auch cool So So Heilen So Äh Ja Passt Wir haben zum Glück genug Heitränke Achso Kraut Wer deine Meinung nicht teilt hat Keine Ahnung Ich verstehe Ich verstehe Oh Noch ein Warum ist hier noch ein Mori Da war Da war vorhin erst einer Wow Okay Ich hab einen Brief für dich Ein Brief von Morissa Vielen Dank Kupo Von Morissa An Moran Es scheint als hätte Mogrimelion alles aufgebraucht Kupo Aber ohne es Äh Was Aber ohne es Läuft das Mognit nicht Dazu ist auch jeder Kupo Aber ich will ehrlich sein Und ich Habe es auch einmal verwendet Kupo Und ich kann daher nachführen Dass Mogrimelion so begeistert Davon war Und sich nicht beherrschen konnte Aber trotzdem Kupo 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 Leute Kupo Kupo Jetzt verstehe ich auch Um kein Brief von mir ankommen Kupo Hast du noch ein Brief für mich Eine Bitte Kupo Wer gibt den Brief an Echt jetzt Okay Dank Kupo Ja bitte Kupo Dann speichern wir noch Ne Brauchen wir noch nicht Brauchen wir noch nicht Alles noch Safe Dunkelschweif Das war wieder Eine Wurfwaffe Glaub ich Denke Das war wieder Nur eine Wurfwaffe So Wo kommen wir Hier lang hin Zu viel kaputt Gut Anschlag Soweit ich weiß Muss man den Schalter Zweimal nach unten legen Tine vom Volk Detailpana Einer hatte Dreimal geschrieben In einem Anschlag Ich hätte die Frage Zweimal Dreimal Zwei ist das neue Drei Wer weiß Werdet euch mal einig Mann Okay Von euch brauche ich nichts mehr Habe ich alles Sprich Heiska Auf alle Ihr fresst Und Vivi hat seine Trance Mal wieder eine Verschwendete Trance Nice Das größte Problem An diesem Spiel Das Trance System Das ist einfach So ein Bullshit Komm Der nächste darf zuschlagen Bitte Oder auch nicht Senfbombe Die ist wie Wie zum Glück Wurscht Verschwendete Trance Das sind immer die besten Trance Naaaaa 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 Neeeee 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 Bin ich Bin ich jetzt weniger Ein Freund von Ich weiß nicht wieso Aber Naja So also spätestens Wenn Vivi Das nächste Mal dran ist Sind die alle tot Dann mach mal Vivi Hau mal raus hier Dein Eisgar So schön endlich Garzauber zu beherrschen Ah herrlich Ja Und ähm Wie gesagt Die Trance war komplett Verschwendet Das Problem was ich jetzt habe Ich habe mit Mahagon jetzt keine Giftwaffe mehr Naja Egal So Äh Ja Auch äh Wo sind die auch äh Was mochten dies Äh Auch äh So Erteilt wiedergebot und regiert Nice Nice Das ist ein cooler Skill Der gefällt mir Okay Wo ist man noch ein paar High Potions Oh Das war verschwendet Ich hätte nicht aufgepasst So Und so Okay Wir kommen eh bald wieder zum Morgri Von daher wird sonst So Ein Geierkittel Hey Mensch Dafür jetzt diesen Umweg Ja Okay Machen wir Machen wir Machen wir Oh Ich habe ja vorhin gesagt Ich hätte ganz gerne nochmal einen Feuerdrachen Damit ich den fressen kann Hehehe 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 He Hm Okay Zum Glück habe ich mich gerade geheilt Zwei Stück Aua 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 Das tut doch weh Okay Passt auf Passt auf Passt auf Das erste was wir machen Eine totale Abwehr So Dann holen wir den ersten erstmal um Trance auf Sidan Ja natürlich Trance auf Sidan Ich sag da nichts zu Ich sag da nichts zu So äh 1 3 3 6 3 6 dann hauen wir hier schon mal ein Fressen mit drauf Denn da bin ich dann doch ganz guter Dinge Das Das heißt Da jetzt Genug Schaden macht Um ihn in den Fressbaren Bereich zu kriegen Oh ja Aber perfekt im Fressbaren Bereich Und tot Scheiße Hehehe Außer Mahagon Verreckt jetzt an dem Tornado Yes Perfekt Tatsächlich ist das gerade mal perfekt gelaufen So Denn Dadurch Konnte Mahagon Äh Seine Dingens nicht raushauen Äh Seinen Konterzauber Yay Sturzflug Nein Warum denn Ach du Mistvieh Falls er das überleben sollte Nö Tja Okay One hit Ähm Dieser Mod kriegt aber auch nichts mit Wie ich krieg nichts mit WTF Entschuldige Crowd Ähm Warum kam hier meine Einblenden dazu nicht Was zum Teufel Was zum Teufel Vielen Dank Crowd Für 3 Euro Äh Moment 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 Irgendwie mag mein Streamlabs gerade nicht Vielleicht werde ich nicht eingeloggt Und das wäre eine Idee Das wäre potenziell eine Möglichkeit Dass das daran liegen könnte Aber ich meine die Anzeigen funktionieren Warum kam der Alarm nicht Und er schreibt einfach auch Get to the switch Get to the switchi Wie Der Alert kam Bei mir nicht Also ich habe ihn nicht gehört Wow Wow Okay Okay Dann habe ich einen Wahrscheinlich War das Während des Kampfes Okay Den Alert habe ich mitbekommen Hahaha Vielen Dank für dein Follow Highlight Hä Und außerdem Warum ist der Alert um In der Ecke Ich bin gerade ein wenig Irritiert So Bin gerade ein wenig irritiert Eigentlich habe ich den immer mitten Wobei ist eigentlich ganz praktisch Dass der oben rechts ist Passt schon War nur zum Testen Achso Verstehe Hahaha Hä Ich war wahrscheinlich einfach zu sehr auf den Kampf konzentriert Oder so Keine Ahnung Bestimmt Bestimmt Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal Beweist mir das Gegenteil So Okay Erstmal wiederbeleben Und wir sind eh gleich bei einem Mogri Wo wir Zelte verschwenden können Yay Zelte verschwenden Zelte verschwenden Ist immer eine tolle Sache glaube ich Habe ich mal gehört Zelten Und mit Zelte verschwenden meine ich Ich brauche in diesem Spiel zwei Zelte um mich voll zu heilen So ein Bullshit Es ging früher mal mit einem Ja gut Die Switch kostet aktuell nur 2 Äh 85 Stimmt wohl Ähm Als ich das Ziel damals erstellt habe Im November letzten Jahr oder so War sie noch teurer Hahaha So Okay Dann wollen wir hier nochmal hochklettern Wollen wir hier noch einmal hochklettern Um den Brief abgeben zu können Um den Brief abgeben zu können Oh Du bist nicht Du bist nicht Es ist nicht Such Du bist wie Du bist Du Du bist Ich